Ich glaube, Sarnin hat wohl wenig mit dem Admiral zu tun, aber wohl viel mit seiner Familie. Tatsächlich? Eine lange Reihe von Seefahrern? Und vielleicht hat der Ururgroßvater vielleicht diese Insel entdeckt? Sarnin ist der zwölfte Mann. Der zwölfte Mann. Oh, ich verstehe. Seine Familie fährt schon seit vielen Jahrhunderten. Alle Seefahrer, Mann. Braum, Mann. Und man sagt, wie die Honaks, sollen sie nicht von diesem Kontinent kommen. Woher kommen sie denn, Mann? Ja, aus dem Westen. Aus dem Westkontinent. Dann sind sie vielleicht sogar noch älter, Mann. Wir könnten einen Port Störrebrand anlegen und dort dann noch unsere Sachen auffüllen. Ich denke, das ist sowieso der Plan, wenn wir bei jeder Insel Wasser nehmen, dann wäre Port Störrebrand hier, dann vermutlich das nächste Port Honak. Dann müssten wir bald im Norden die Insel queren. Auf der anderen Seite von Etogen sollte noch ein Wrack liegen. Wrack der Golgari, das um der Schlacht um Port Störrebrand der zweiten Schlacht gefallen ist. Ich weiß nicht, ob sich da noch was zu finden lässt, aber vielleicht könnte man ja vorbeischauen. Ich vermute, es liegt auf dem Grund des Meeres. Da vermutet ihr falsch. Es liegt am Rande der Insel oder mitten auf der Insel. Wo genau, kann ich nicht sagen, aber es ist eine ziemlich lange Strecke durch die Luft geflogen. Was? So ist es geflogen. Habe ich euch die Geschichte nie erzählt? Die Schlacht um Port Störrebrand? Hm, gilt. Nein, aber lass mal. Drei Schiffe des Imperiums lagen vor Anker. Die erste Schlacht um Port Störrebrand ist fürs Imperium gefallen. Wir konnten die Mauern einrennen und den Port mit spielerischer Leichtigkeit übernommen. Aber Störrebrand hat seine Leute zusammengerufen. Viele verschiedene Schiffe, die auf uns zusegelten und die Unterstützung, die eigentlich kommen sollte, kamen Wochen zu spät. Und sie wurden aufgehalten. Was genau mit der Golgari passiert ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich habe mich ja auf dem Port befunden, als die Segel gesetzt wurden, Alarm geschlagen wurden und am Horizont bereits die Flotte von Störrebrand erkennbar war. Und nicht nur, dass es sich bei Schiffen blieb. Selbst die Wilden, die Utolos oder Mohas aus den Wäldern sind angerannt gekommen und haben zeitgleich mit der Flotte die Türe gestürmt. Ausgeufert ist alles in einer einzelnen Seeschlacht. Die Golgari hat sich wunderbar geschlagen. Wir haben ein Schiff nach dem anderen untergehen lassen. Als sich irgendwas, irgendeine Wesenheit manifestiert hat. Erst ein Luftzug, der sicher auf der ganzen Insel zu spüren war, dann ein großer, wirbelnder Wind, fast schon ein Tornado, das sich auf dem Meer gebildet hat. Und die Golgari war im einen Augenblick noch zu sehen, im anderen Augenblick flog sie im hohen Bogen durch die Luft und endete am anderen Ende der Insel, am Horizont. Geräusch, das Knallen, konnte man nicht mehr hören, als sie aufschlag. Aber jeder, der sich noch an Bord befunden hat, kann nicht überlebt haben. Die müssen alle tot sein. Und wenn dieses Schiff an Land liegt, meint ihr wirklich, nach so langen Zeiten, ist es nicht geplündert worden? Ich weiß es nicht. Also, es ist sehr gut möglich, dass es schon längst geplündert wurde. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, dieses Schiff wiederzusehen. Vielleicht finde ich, dass es von der Küste aus ist. Weil dir das Schiff ist noch intakt? Haha, das bezweifle ich sehr, Boltax. So, es war schon ziemlich hoch, als es durch die Luft flog. Und wenn es mit einer Wucht wieder aufschlug, dann ist von deinem fast nichts mehr intakt. Könnte ein Luftschinn so etwas tun, Boltax? Nun, ja, natürlich. Ein ganzes Schiff? Selbstverständlich. Es muss ein sehr mächtiger Luftgeist gewesen sein. Aber es ist prinzipiell möglich. Nun, eine Manifestation eines Orkans vielleicht. Oder ein Dämon, Mann. Ein Dämon. Diamantes, hat es nach Schwefel gerochen? Nein, die Luft hat reingerochen. Reiner als sonst. Nun, dann kann es in der Tat wirklich ein Luftgeist gewesen sein. Vielleicht sogar ein Meister dieses Elements. Erinnert euch an den grauen Mann, den ich einmal gerufen hatte. Welche Macht er hatte. Das gibt es natürlich in jeder Ausformung. Vielleicht weiß der Effertswind, den er gerufen hat. Vielleicht der blaue Mann. Oder, ja, richtig. Grauer Mann und blauer Mann. Hm. Na ja, Diamantes, wenn es euch wichtig ist. Ich denke, bis wir bei dieser Insel sind, können wir, haben wir alle Lust, uns ein bisschen die Füße zu vertreten? Ja, ich denke. Ich würde zumindest gerne in Sport nachfragen, ob irgendwelche Abenteurer das Wrack bereits gefunden haben. Oder was damit passiert ist. Ob wir uns wirklich dahin machen müssen, glaube ich nicht. Aber vor allem sollten wir den Seemannsgahn da aufschnappen. Abenteuer. Karpop, was schätzt ihr von Brawag bis Portstarbrand? Wie lange werden wir etwa brauchen? Das muss ich berechnen, Mann. Schätzt, einfach jetzt einmal. Ja, Frosty muss gerade nachgucken. Okay. Warte mal, Foren. Eine Routenplaner. Arbespfade. So, Brawag. Brawag. Portstarbrand hast du gesagt? Mhm. Ja, hast du eingetragen. Portstarbrand. Berechnen. Das sind Strecke 1000, dann machen wir 1000 Meilen geteilt durch 15. Kann das sein? 15 Meilen pro Stunde? Nee, mehr, oder? Äh, 15 Meilen pro Stunde. Also 12 Meilen pro Stunde. Warum machen wir 12 Meilen pro Stunde? Also mal 15. Geteilt durch 12. Sind 83 Stunden. Und dann sagen wir, wir fahren 20 Stunden pro Tag. Sind 4 Tage. 4 Tage, Mann. Wenn wir uns gut in die Segel legen und gut Wind haben, Mann. Das klingt doch machbar. Vielleicht etwas mehr, Mann. Gut, selbst wenn wir 5 oder 6 Tage brauchen. Oder 7. Nun, Voltaxinsel ist noch ein gutes Stück weiter. Ich würde sagen, wir nehmen die südliche Route und queren bei Token auf die nördliche Route, oder? Dann. Hier, ich zeig mal auf die Karte. Mit dem dicken Daumen. Klingt gut. Ihr meint, wenn wir weit genug vom Boronsgrund weg sind? Wie gesagt, ich will auf alle Fälle die Häfen anlaufen. Und auf jedem, in jeder Taverne möchte ich Seemannsgarten auch stoppen. Das kann überlebenswichtig sein. Ich denke, nächster Hafen wäre der Kefu. Und dann erst wäre Sportsteuerbahn. Den Hafen von Kefu müssen wir nicht anlaufen. Und mich interessiert dann eher der Hafen im Boronsgrund, beziehungsweise dann in der Karyptik. Das ist wichtig. Altum und sowas kann ich darauf verzichten. Wir haben da keine Gerüchte, die uns interessieren. Weil wir sowieso nicht an Land gehen. Aber wir fahren jetzt von Brabac aus an Kefu vorbei. Verstehst du? Und dann an der alemitischen Bucht vorbei. Nun gut, das macht Sinn. So. Und spätestens dann, wenn wir hinter Altum sind bei Nikali und was auch immer das dann für Namen sind, da müssen wir dann jeden Hafen anlaufen. Kostet uns ein bisschen Zeit, aber das ist sicher. Na gut. Wenn es noch Häfen gibt auf diesen kleinen Inseln, ja. Mann, ich habe gehört, Mann, auf einigen Inseln gibt es Affen. Also, nicht so kleine, die mit Obst und Kacke schmeißen, Mann, sondern große Affen, Mann. Wie groß? Die kommen von Noturia, Mann. Blaue Affen oder dumme Affen? Kriegsaffen, Mann. Das heißt, sie können jeder zerreißen, Mann. Oh. Aber wir werden sehen. Das klärt doch noch was. Wir werden keinen Kriegsaffen. Ich weiß nicht, ich mag deine Affen. Mehr Katzen sind doch ganz niedlich. Den Gerüchten nach sollen sie fünf Meter groß sein machen. Aber wir haben keinen fünf Meter großen Affen an Bord. Wir haben einen Trollsacker. Ihr habt den Affen doch noch gar nicht gesehen, vielleicht sind ja ganz niedlich. Wir werden keine Riesen-Echsen mitnehmen, wir schleppen auch keine Riesen-Affen mit. Wir sind doch kein Zirkusschiff. Zoma, ein Zooschiff. Ihr Kapogges auf meiner Seite. Wir schleppen keine Menagerie mit uns. Naja, aber wenn wir dann in der Schlacht sind, will ich nicht von euch hören, hätten wir jetzt mal einen fünf Meter großen Affen. Ey, aber Raphim, Mann, du musst dir mal vorstellen, wie groß die Kackahaufen von dem sind. Und damit fürft er dann. Mal. Ja. Ich schaue vorwuchsvoll in Abel mir zur Richtung. Keine Affen. Ja, wir kriegen keine Affen. Nun, lass uns aufbrechen. Wie schnell wir dort sind, desto schneller sind wir wieder zurück in der Zivilisation. Das stimmt. Also, die Schäler wie dort sind, desto schneller sind wir in Zorak. Also, Kapog legt ein Fest, äh, ein Kursfest nach Potschtürmerbrand als erstes, würde ich sagen. Ja, Mann. Damit geht er los. Und kurze Zeit später könnt ihr dann auch Hasswolf hören. Er hat sich ebenso verabschiedet mit einem Abenteuer, dass die Mannschaft angebrüllt wird, Segel werden gesetzt und ein Ruck geht durch das Schiff. Gut, dann einen W20 auf der Zufallsbegegnung. Schauen wir mal, was so passiert. Wer hat heute noch nicht. 13. Das ist eine schöne Zahl. Göttergefällige 13, wie Daru sagen würde. Urpoler Nebel. Mhm. Rappen. Ja, ihr fahrt grob die ersten fünf, sechs Stunden, macht gut Strecke, der Wind ist hinter euch, bis ihr dann jemanden hören könnt, der von oberhalb kräht. Mann, über Bord! Oh, Scheiße. Verdammter. Ich breche mal aus meiner Kabine und renne nach draußen. Einer von unseren Leuten? Schönen wir ihn dürfte auch mal umzuschauen. Ja, Hasswolf steht bereits oben auf dem Deck. Ja, aber mir als Kapitän lässt sich natürlich dann eben auch verabschieden, wenn er dann Krimk studiert oder was auch immer er dann tut, sodass er dann wortlos euch einfach nur sein Fernrohr erreicht. Dort hinten. Ist ein Schiffsbrüchiger? Sieht so aus, er klammert sich an Wrackteile. Wollte er auflesen? Ja, natürlich. Sollten wir. Sammeln wir den auf und schauen, was er zu erzählen hat. Jeder andere würde sich ebenso freuen. Ei, Abenteuer. Ja, so fahrt ihr heran. Irgendwann werden die Segel gerefft und ein kleines Beiboot wird zu Wasser gelassen. Und kurze Zeit später kommt dann eine absolut durchnässte Person mit rissigen, blutigen Lippen an euer Deck, schlottert, zittert, friert, muskelbepackt, zumindest doch abgerissene Kleidung. Und einige Wunden, die ihm von Holzsplittern zugefügt worden sind. Ich würde ihm erstmal was zu trinken geben. Wasser. Ja, zittert und schlottert und braucht so grob fünf Minuten. Den Decken gehüllt sitzt da dann da und nickt euch dann zu. Seid bedankt. Nun, doch nicht dafür. Das ist doch selbstverständlich. Sagt, wer seid ihr? Und wie hat es euch hierhin verschlagen? Äh, ein, wir wurden überfallen. Bukaniere oder so etwas. Äh, ein, äh, ja, ein, wir wollten, dem, ja, Handelschef. Wir wollten an, wir wollten mit der Land verhandeln. Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Wie lange ist das her? Ja, ich weiß nicht. Zwei Tage. Ich hab noch versucht, dass, ich weiß, man soll das nicht tun. Ich bin Seefahrer, aber irgendwann hat der Durst mich überwältigt und dann wurde es nur noch schlimmer. Ja, er bricht sich. Flamin kommt gerade erst, äh, wieder angelaufen. Sie ist nämlich, als sie schiffbrüchiger gehört hat, gleich losgelaufen, um Nethia zu holen. Hier, Nethia, da, das, das ist der Mann. Ja, ja, sehr gut. Ähm, schon entdeckten, gehüllt. Ähm, wir bringen ihn gleich nach unten. Ähm, oder wollt ihr noch einmal, ich gebe ihm erstmal einen Tee, Moment. Ja, damit geht sie direkt wieder nach unten, läuft mit ihrem hohen Alter dann doch die Stufe wieder herab und bringt dann noch kurze Zeit später einen kräftigen Tee. Naja, wo kommt ihr denn her, guter Mann? Aus Kostlik. Kostlik sind wir ausgelaufen. Oh. Ähm, vielleicht sollten wir den Kapitän holen. Wartet einmal. Ja, macht das mal. Ja, und, ähm, ich gehe dann zu Abelmir. Ja, Abelmir. Was ist denn jetzt schon wieder? Aber, gute Nachrichten und sehr gute Nachrichten. Äh, die guten Nachrichten zuerst, wir haben einen Schiffsbrüchigen gerettet. Was? Die sehr guten Nachrichten, die euch bestimmt sehr freuen werden. Er kommt aus Kostlik. Hm. Nun Gott, würde ich mir ja anschauen mal. Wird dieser Schriftroläure zusammenfalten, liegen und mal in dem Schreibtisch verstauen, mal abschließen. Wolltet ihr schon etwas aus dieser Prophezeiung entnehmen? Hm, noch nicht. Lass uns erst mal diesen Schiffsbrüchigen anschauen. Ja. Ja, als er dann die horasischen Gesichtszüge von Abelmir entdeckt, fängt er auch direkt an zu lächeln, wobei dann aber auch seine Lippen weiter aufreißen. Ich bin ein einfacher Matrose. Dann redet es so wie ein einfacher Matrose. Ich verstehe euch trotzdem. Wie ist euer Schiff? Mein Schiff, die Albatross von Kostlik. Wer war euer Kapitän? Oh, der Kapitän Phantra. Sie war Zyklopäerin. Phantra, aber sie war den Kostlikern verbunden. Und ihr war dein Handelsschiff? Äh, oui, mein Kapitän. Weine. Weine für die Granden. Nun gut. Grüne Segel, mein Herr. Grüne Segel von den, ich weiß nicht, ob es Bukania waren, aber sie hatten eine Schlange gehisst. Grüne Segel? Giftgrün, mein Kapitän. Die Blutherz, bitte hin. Oui, oui. Die Blutherz. Er hat, er hat die Kapitänin gehäutet. Ja. Er hat sie gehäutet. Mein Kapitän, ich konnte nichts tun. Ich musste zusehen. Filamin, könnt ihr vielleicht? Was geschehen ist, lässt sie nicht ändern. Beruhigt euch. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Ihr seht, das ist unser Kapitän. Er kommt sogar aus eurer Heimat. Und unser Schiff auch, seht ihr. Er ist halt sogar eine ganz berühmte Vorgeschichte. Er wiegt sich so ein bisschen hin und her mit seinem Oberkörper. Und er murmelt nur irgendwas Horasisches. Und gleich kommt unsere Sündegeweite wieder und wird sich um euch kümmern. Ihr müsst doch sicher durstig sein. Und es kommt ja auch endlich aus der Sonne. Kannst auch sehen, wie wohl neben ihm schon so ein halb leer getrunkener welcher Tee ist. Also die, ihr Sündegeweite hat schon den Tee gereicht. Aber ich gebe dir ihr bestens ins Lazaret. Ulmer Kapitän. Schrecken. Gehäutet. Gefehlt. Verbrannt. Er hatte wahrhaftig Glück, Kapitän. Wie bereits gesagt, Lallana lässt kein Horasier leben. Er ist Abschaum. Naja, ich würde mich mal zu Arbe mir runterbeugen. Wenn der Boss hat am Ende überlebt, bringen wir ihn um, Das hoffe ich doch. Ah, gut. Was machen wir mit... Wie können die noch so absetzen? Naja, erst mal wird er uns begleiten müssen. Naja, das scheint wohl so. Ich werde mit dem 1O reden, wo man ihn am besten einsetzen kann. Naja, die ersten paar Tage würde sich, glaube ich, erholen müssen, so wie der aussah. Ja, wahrscheinlich gibt ihm etwas Leichtes. Leichter arbeiten. Seilknöpfen, etc. Jawohl, Kapitän. Ich frage mich, ob dich die Lallana noch nicht irgendwo rumtreibt. Kaffee nicht erst verkürzt irgendwo. Ja, ich hoffe, dass wir ihn nicht nochmal wiedersehen. Das hoffe ich auch. Nicht so schnell zumindest. Nun gut. Ein weiterer W20. Die Zeit vergeht. Einen Tag lang könnt ihr reisen. Wenig, was es zu tun gibt. Nur irgendwie, ja, verschiedene Reibereien. Irgendjemand hat sich mit jemandem geschlagen. Irgendjemand redet von Fußnägel im Essen. Die üblichen Probleme, die man so hat. Bis ihr dann einen weiteren Ruf hören könnt. Wieder mal vom Ausguck. Und wenn ihr dann nach oben tretet, könnt ihr wieder Hasswolf sehen, der durch sein Fernrohr stiert. Schwamm! Was? Hat er Sturm gerufen? Abenteuer. Monterrey, nein, nein. Schwamm. Seht dort hinten. Ein Schwamm. Wie ein Bienenschwamm. Ich vermute ja Heuschrecken. Keine Ahnung, warum die so weit südlich sind. Das wäre mehr neu. Er hält dir das Fernrohr hin, aber du kannst auch die dunkle Wolke erkennen. Sieht von hier aus nach Regen aus. Aber, ja, wenn du das Fernrohr nimmst, kannst du ja mal durchgucken. Du kannst die Heuschrecken sogar erkennen. Und wenn das in dieser Gegend ungewöhnlich ist, könnte das ein Hinweis auf dämonische Aktivität sein. Tja, dann tut ihr mal was. Wir sollten auf alle Fälle, unabhängig davon, ob es dämonisch ist oder nicht, dafür sorgen, dass diese Mistviecher sich nicht auf unserem Schiff niederlassen. Die fressen nicht nur die Segel, die Takellage, sondern sogar das Pech zwischen unseren Planken. Das ist unser Tod. Dann sollten wir in den Aufwärtskurs Richtung Gensün setzen. Gensün. Also einmal hart wenden in Richtung Süden, ja. Ohne auf weitere Befehle zu wenden, warten, drückt dann auch direkt das Steuerruder rum. Und, ja, ihr dreht euch auch so ein bisschen aus dem Wind raus. Das ist ein Problem, weil ihr langsamer seid. Aber, wenn ihr Glück habt, reicht es. Ja, und für den Fall, dass sie kommen, will sicherlich noch einige Picks im Ärmel, nein, Asse im Ärmel, sagt man nicht wahr. Also ich nicht, müsst ihr euch drum kümmern. Ja. Jeden Matrosen irgendwie, der, der sich dann irgendeine Patsche nimmt oder was auch immer, aber die müssen weg, jedes einzelne Ding. Und auf jeden Fall, habe mir, ihr könnt auch bestimmt einen Zauber. Den entdecken? Ich denke. Ich habe gedacht, es gibt diesen, diesen Zauber, den selbst die Eleven lernen. Ich meine, eine Variante vom Nektus. Ja, genau, das war es. Du denkst zurück an die letzte Torwalerin, die euch dann durch die Berge begleitet hat, die dann in einem Wutanfall den Kopf einschlagen wollte. Blix kurz zur Hasswolf rüber, denkst wieder zurück an die Rothaarige und dann wieder ein Hasswolf. Nun gut, wir werden sehen. In meiner Heimat erzählt man sich vom großen Schwarm. Die Kopternim damals haben diese Insektenschwärme beherrscht und auf die Felder ihrer Feinde gelenkt. Das kann ich natürlich auch. Also nicht, dass es hier irgendwelche Felder von unseren Feinden gibt, aber und wenn der Schwarm erst einmal da ist, kann ich mich zumindest bemühen, ihn unter Kontrolle zu kriegen. Dann hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Salamir schaut besorgt zum Horizont. Wir könnten versuchen, ein bisschen zu räuchern. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wenigstens so, dass unser Schiff nicht attraktiver auf sie wirkt. Oh, das ist eine gute Idee. Wir könnten Kanna Zitana fragen. Nicht irgendetwas gibt, was heuschrecken abschreckt. Schrecken abschreckt. Das ist nicht lustig, Boltax. Was ist das mit den Zwergen und ihrem Humor? Vielleicht gibt es ja wirklich etwas, was, dass wir auf die Segel streichen können oder auf die Planken. Ja, wo wir mal Tierkunde. War ich. Boltax als Biologe weiß das sowieso, glaube ich. Die Idee von Diamant ist aber auf alle Fälle brillant. Ich bin sicher, Angro Schminier hätte gelacht. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte es auch lustig gefunden. Werden wir nicht so einer ernsten Lage, Boltax. Ja, Rauch. Das ist tatsächlich die richtige Lösung. Insekten, auch Bienen, aber Insekten, Heuschrecken, vertraut man mit Rauch. Die gehen da ganz, ganz schnell kaputt bei. Erinnert ihr euch noch an diesen Bienenmann? Ja, der war unansehnlich. Ja, das ist richtig. Aber da hatten wir ja auch überlegt, wie wir ihm beikommen können. Das, was Diamantis gesagt hat, ist folgerichtig. Wir räuchern einfach ein wenig und das vertreibt die Insekten, Bienen wie Heuschrecken. Ja, gut, das stellen wir vorne und hinten zwei Kohlepfannen auf und ja, wässern etwas Holz und ne, nun ja, zündeln es an. Ja, genau. Gut, dann schnell. Nicht, dass wir uns doch noch erreichen. Ja, die Heuschrecken kommen schnell näher und das Ausweichen hat tatsächlich nicht so viel gebracht. Das waren eben nur wenige Meilen, die er dann gut gemacht hat, ob auch die Entfernung, die der Heuschrecken schwamm dann sowieso zu ruhig ist, ist das eben marginal wenig. Aber ihr könnt in der Zeit, die euch noch bleibt, gemeinsam mit Kanesitianer und dann Groschminier etwas vor allem bei wenig Temperatur stark rauchige Partikel dann eben erzeugen, ne, irgendwie große Kohlenpfannen, die er dann aufstellt und dann das ganze Schiff einnebelt, sowohl dann eben hinten am Heck als auch vorne am Bug und dann eben auch in der Mitte, sodass dann eben auch die Segel teilweise eingezogen werden, damit die dann eben nicht beschädigt oder verrustet werden und so hart der Dinge bis dann der Heuschrecken-Schwarm relativ nah an euch vorbei, so ein bisschen über euch schwebt und als sie dann in Kontakt mit dem Rauch kommen, mit dem Ruß, werden sie dann doch sehr schnell zerstieben und sich dann neu formiert weiter in die Richtung begeben, in die sie wollten, wohin auch immer, aber euer Schiff in Ruhe lassen. Ja, die Matrosen werden währenddessen angewiesen, sich nasse Tücher und sowas um den Mund zu bilden, damit auch die auf dem Mast noch weiter ihre Arbeit verrichten können, trotz des Rauches. Okay. Dann könnt ihr weiter segeln. Zahlreiche weitere Gefahren, die im Südmeer auf euch warten, weitere Zufallsbegegnungen der verschiedensten Art Piraten, die ihr zerschießen könnt, bis ihr dann einige Tage später Nikali gekreuzt habt und Ingrams Port anlaufen könnt. Ingrams Port